Hallo, kann man mitmachen? Gerne. Okay, rein, mach du. Erstmal. Warum ist die so hart? Ja, das ist ja ausgiebig. Das dauert jetzt ein bisschen. Ist ja nicht so schlimm. Okay. Wow. Oh. Eben allerdings das ist ein Sekt. Möchten Sie ein Sektchen trinken? Ja. Gerne. Oh, super. Gib zu Mama. Genau. Und links neben der Klasse haben wir eine Bar aufgebaut, da können Sie das dann trinken. Okay, vielen Dank. Gerne.